Ah, toll. Ich komme nicht ran. Ah, ja. Was für scheitert sie? Ich denke, du siehst sie, Hero. Sobald wir unsere Kreditkarte ausbauen. Haha, ich gewinne mit diesem Bonus-QR-Code. Guck und knusper, knusper, Müsli. Ich bin versucht, das mal einzuscannen. Nicht, dass es dann ein Virus gibt. 2,4,1,3 Weißt du, ob das funktioniert? Ja, so spiel wird das nicht. Ich glaube, das kann funktionierender QR-Code. Nee, funktioniert nicht. QR-Code Scanner funktioniert nicht. So, ich hole mir die nächste Säule. Das ist ein Lugens-Champions-Code. Sponsiert für knusper, knusper, Müsli-Code. Die Säule wird die kostenlos aus. Das ist mir schwer möglich. Let me Lakeshow. 1.99 Euro, 1.99 Euro, 1.99 Euro, natürlich. Erst mal die Säulen holen. Blöde Werbe im Moment. Das ist Ruku. Weg mit dir. Wo siehst du jetzt die Knöpfe? Und es ist noch zu dunkel, die müssen wir noch am Tag machen. Die Sonne einschalten. Endlich nicht. Ich glaube, die hier sind ja. Okay. Das war ein neu freischalten. Geil. Deine Fehler sind sehr günstig, User. Aber gut, nach allem, wenn du gerne klicken möchtest. Dann müssen wir das wieder freischalten. Nein, jetzt ab. Wir warten ab, bevor wir wieder Sonne aufstauen. Ja. Das ist so. Na, jetzt halt. Also. Jetzt bekommen wir den anderen Flug. Jetzt bekommen wir den anderen Flug. Jetzt bekommen wir die Knappe zuallergen. Da müssen wir die Knappe zuallergen. machen 1234 rechts rechts unten als erstes links oben als zweites unten rechts unten links oben rechts oben rechts oben also auf den knüpfen wahrscheinlich hier hier hinein verdammt wie oft kann man wieder den selben normal machen und wie können wir ihn davon abhalten ich lasse einfach die säulen stehen oder machen die den schalter nicht nur den schalter wohin soll ich guck mal was passiert wenn wir den jetzt hier nicht liegt mal schauen auf welchen schalter geht ach der ist richtig irgendwie war der das sogar jetzt richtig der war richtig ich denke mal den hier vielleicht versuchen wir mal so die milizei schalter hat die hier das sind zwei richtig ich glaube die säulen brauchen wir die säulen des pay to win spiels ok welchen nehmen als nächstes das ist nicht gerade sehr hilfreich das ist irgendwie ein hinweis da fehlt die zwei da fehlt die eins da fehlt die vier da fehlt die drei das heißt der dritte ist dort der vierte ist dann dem Feld wo ist fünf und sechs der drei ist hier würde ich sagen ich riskiere es vielleicht gibt das andere noch nicht den Preis ok ok versuchen wir es mal so bestimmt ist die vier da drüber endlich nicht ok die Karre ist falsch jetzt zwei müssen wir es probieren es dauert ewig ok der dann der dann versuch uns mal mit jemandem dort unten bitte versau es jetzt nicht wir müssen nur in der richtigen Einflug auftauchen ok ok entweder der oder der ist Nummer drei ok 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 hier 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 und hier mach mal das so dann die hier ist zuerst aufgetaucht dann die hier und dann die hier verdammt du die 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 1, 2, 3, dann würde ich mal sagen, hier machen wir 4 hin. Versuchen wir es. Okay, dann bleibt ja 50, 50 Chance. Okay, 1, 2, 3, 4 würde ich sagen. Ich versuche es mal so. 3 und ich sage mir, ob das das richtig ist. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir noch eine 50 Chance. 1, 2, 3, 4. Ich gebe wahrscheinlich irgendwo einen Hinweis, aber den übersehe ich einfach. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt sagen wir mal, hier 5. Und da 6. Und dann fallen es genau in das 5. Okay, jetzt sehen wir uns die Lösung. Endlich nicht. 1, 2, 3, 4. Hast du recht schon? 1, 2, 3, 4. Oha. Das hat umgekippt. Können wir jetzt weiter oder was? Wozu jetzt? Den Schlüssel zu schieben. Die Nachtschalte sollte dabei helfen. Das haben wir jetzt. Und das knispern ein bisschen. Das bringt uns das. Ja, danke. Und jetzt sind wir werben vom Bohr. Und vom Bohr. So, wie war das jetzt? Hier. 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 Und hier. Versuch das nochmal. Okay, das war jetzt auf einmal falsch. Das ist nicht mehr die erste. Wir müssen mal die Werbung angucken. Ob ich das ja umgehen mache. 1, 2, 3, 4. Vielleicht versuchen wir das jetzt mal. Das als erstes. Das als zweites. Das als zweites. Das als drittes. Und als viertes. Versuch es mal so. Auf jeden Fall eine richtige Lösung. Okay. Das hat schon mal geklappt. Das ist schon mal weg. Ich hab' den. Oh, das ist schon mal weg. Ich hab' den. Das ist schon mal weg. Das ist schon mal weg. Okay. Der Biken schlägt. Oh, wir müssen das dann runter schubsen. Wenn du alles zu essen, wird du der, der braucht etwas Papier. Das ist sehr gut, dass die Komplettlösung schon eine Werbung für die Komplettlösung ist. Okay, warte, warte, eins, zwei, drei, vier. Okay. Zwei, drei, vier. So war's. Das war die Komplettlösung. Na komm. Nice. Das reicht jetzt hoffentlich. Man braucht genug Energie für den Postgegner. Nice. Schlüssel. Das ist unser. 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 Find's. Oh nein, der Balken probiert. Wir haben die Dinge ein wenig zu weit entfernt. Oh nein, der hier ist. Ich brauche etwas. Ich muss jetzt auch noch aufladen. Das lädt schon von alleine auf. Ich will noch die Truhe bekommen. Für was? Okay. So, hier. Der hat einen Schlüssel. Warum können wir ihn jetzt nicht nutzen? Aha. Schlüssel auffangen, verdammt. Schlüssel ist für die Truhe. Oh, ein Hammer. Sehr schön. Schau. Kann man ihn nicht rausnehmen. Jetzt haben wir kein Menü mehr. Das haben wir sehr gut gemacht. Ich muss das Menü öffnen. Aha. Ich glaube, ich nehme, wenn du keinen bist. Schau. Irgendwie nicht. Dafür bräuchte ich den Beweis. Ja, ich weiß. Den muss ich kürzen. Mit dem normalerweise. Schau. Aha. Ich könnte aber nur die Schlüssel mit keinen machen. eine Lösung falsch halten. Nach der Trug dieser Werbung nicht der Bünder haben. Aber, was ist er denn, was ist denn? Gehe ich da mal die Balken irgendwie, oder? Halt's auf! Ich hätte jetzt den Schädel genommen, um das klein zu schnippeln. Aber so geht es natürlich auch. Jetzt haben wir nur die kleinen Balken. Ach, das ist mein wunderschönes... ...aktuelles Sonderangebot. Ich gehe mit den Prozessen und rette die Welt. Was? Wer spricht da mit mir? Ich kann diese Balken im Gesicht nicht sehen. Ach, das ist gut. Das ist schlecht. So besser. Wo war ich? Ah, richtig. Schänzt vergessen zu haben, was ein Krieger für ein Dürer auf dem Leben und Tod bringt. Was? Ah, ja. Das sind die Vitamine B1, B2 und B5... Ich kann es nicht lesen. Das ist nicht zu lesen. So, du misli. Du redest. Komm her und kämpf. Weil ich nicht auf einen anderen Geschwätz auf dem Kampf war. Na, dort. Hier ist die Werbung jetzt. Oh. Ich habe ihn mit der Kraft meine Liebe besiegt. Die Prinzessin muss jetzt auch noch kaufen oder was. Ja, ja, das habe ich es schon gesagt. Oh, ich bin mit der Kraft meiner Ritter. Oh, ich danke dir, mein tapfer Ritter. Ich spüre schon. Ja, ja, das habe ich es schon gesagt. Juhu verdammt! Ja, schon wieder. Hier geht es! Der Exil hat wieder herausgekehrt. Wir werden endlich leben können. Danke, brave Hero, für eure Hilfe. Ich hoffe, dass du dich glücklich bist und viele kleine Sprites haben. Los geht's, User, nicht rum. Erweiterung benötigt. Ausverkauft. Ich glaube, es sind keine Schlüsse mehr. Vielleicht mehr Kiste, guck mal nach. Vielleicht ist noch ein Schlüssel in der legendären Truhe. Eine Karte? Ist eine Karte der Regierung. Warte, die Game Map. Warte, bis wir mit der Abenteuerung haben, uns eine Karte des Spiels. Oh, eine Bank 1, 2. Okay, wir brauchen eine Karte, um diese Lärmung zu lösen. Diese Karte wird helfen, dass wir die Umgebung von oben bis oben suchen. Hoffentlich werden wir eine Lösung finden. Achso, durfte Karte. Das ist irgendwie ein fiesen Trick, das war die andere. Ich kann mir die Schlüssel finden. Ich kann die Karte selbst im Schlüssel werden. Oh, das ist der Karte. Ich kann die Karte mit dem Schlüssel ziehen. Ah, das ist der Karte. Ah, sehr schön. Wir sind um die Schlüssel. Wir sind um die Schlüssel zu liegen. Und es gibt keine Schlüssel. Keine Panik. Ah, hier wir sind. Hier bin ich für die Eternität. Ich bin frei, um zu spielen. Ich bin frei, um zu spielen. Ich bin frei. Ich habe mir schon eine Idee. Ich habe mir schon eine Idee. Die Kater als Schlüsse. Da bin ich ja gespannt. Nicht. Das ist glaube ich erkommen. Ich bin 100% sicher, dass es endlich das Recht ist. Danke nochmal für alles. Auf Wiedersehen, alle! Unsere Freunde sind endlich daheim angekommen. Dank Zusammenarbeit. Wahrer Freundschaft. Und dem unerwarteten Ende des Budgets. Ende. Nö. Das glaube ich ja nicht. Vielen Dank fürs Spielen. Nö. Das Spiel von Drohnen hier, bitte. Nö, da ist noch nichts zu Ende. Glaube ich nicht. Spezialeffekte. Game Design. Okay. Haha, DJ Tchaikovsky. Let's see. What with this lame ending? This sucks. I bet it's because of the crowdfunding campaign failure. Sprecher von Drohnen. I hope you got me on sale, because this is bordering on a scam. Wait, hold your horses. Ah, get out of this reform form, damn it. I'm not sure. The music is familiar, but... What's with all these Russian names? Who are these people? Oh, do you know what this means, users? It means we're staying in the wrong dimension. Capital 5. Control-Verlust. We're never gonna make it home. Team Elfan, meine Katze. What's there? Come catch. What is he doing? Oh. Let's get in the arm for one. He broke everything, even before you managed to do it. Well, as much as I'm not afraid about it, we're probably going to need him to find our way out. Let's look around and try to see where he landed. What a strange... What happened? Did you make it suddenly changed when you inserted the name? That's an interesting way to modify this world. Oh, let's try to use the skills to find Mr.Bitch. Or, I think there are Molasses in this bucket. It's really clingy. But not as clingy as you are. And Hacke. Hey, here is another Pickaxe. I hope we don't run into any more Russian dudes. This is such a long term. This is a Verse 3 . I've got to ask first. This chain is too strong. I think we need to find way to weaken it. But quickly, I don't want us to hang around here for too long. This music is driving me nuts. Ich glaube, dass es in diesem Lacken gibt. Es ist sehr klingelig. Aber nicht so klingelig wie du bist. Ich glaube, dass es nicht so klingelt wird. Es ist eine gute Idee, dass es aus dem Schlotten entfernt wird. Ja... Spezialeffekt. Aha! Wie machst du das? Oh, ich sehe. Du hast den Hintergrund benutzt den Fullscreen-Filter. Und die Trennung... Oh, ein neues Schlot. Auf der anderen Seite... Du hast einen herzlichen Pickaxe geschlossen. Oh, naja. Lass uns Mr. Glitch schnell finden. Was ist das denn? Da, Mr. Glitch! Oder... Ich glaube, das ist... ihn. Ich bin in diesem alten Film. Es ist der Pastor Schöpler? Es ist der Pastor Schöpler. Er ist der Pastor Schöpler. Er ist sogar noch besser als die anderen Charaktere zu gehen. Wenn wir dich ausbauen, würden wir nach Hause nachher. Ja, ja. Ich versuche es. Du besser. Hey! User! Ist das nicht der Ende unserer Pickaxe? Es könnte wieder in Hand kommen. Aber wir müssen einen Weg finden, um es zu fixieren. Die Musik können wir ja nicht einsetzen, oder? Muss ich das werden? Mir, oder? Are these silent movies kind of... loud? Die Musik können wir mitmachen. Ja, ich pack das. Musik Musik Amen.